Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 25. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1032 und heute mit den folgenden Themen. Google Stadia, Little Pay, Instagram, Zoom und Windows 11. Ich beginne mit Google Stadia. Noch vor wenigen Tagen, ich bin nicht mehr sicher, ob es sogar hier auch erzählt. Google Stadia kommt nun offiziell auf die Android-TV-Geschichten, also auf die Fernseher und auf den Google TV, was ja unter anderem auf dem Chromecast mit drauf ist. Und nun ist es offiziell so. Google hat da noch hinten nachgeschossen. Nach dem inoffiziellen Weg gibt es jetzt endlich die offizielle Freigabe. Ihr könnt auf eurem Fernseher auch die App installieren, müsst dann nur noch den Bedienungsknüppel haben und könnt dann die ganzen Spiele spielen. Ach, ich muss mal meine Schublade hier öffnen und das Teil wieder rausnehmen, weil ja, es hat doch ein paar tolle Games drauf, die Spass machen. Dann Little Pay. Ich muss lachen, vor wenigen Tagen haben wir ja noch darüber berichtet, dass in Deutschland man NFC öffnen möchte für andere Geschichten als nur Apple Pay. Und ja, jetzt hört man von Little Pay zum Beispiel, was ja langsam gestartet hat in Deutschland und dann ausgeweitet wurde. Und es wurde nicht nur bei Kunden ausgeweitet, sondern auch bei Menschen, die das Ganze missbraucht haben. Das nicht in wenigen Fällen hat auch mittlerweile die Polizei bestätigt, dass das systematisch gemacht wurde. Und somit, ja, setzt auf eine gute Lösung beim Bezahlen und eine einfache. Und die, die funktioniert, Apple Pay zum Beispiel. Oder wenn ihr auf Google unterwegs seid, bei Samsung, Samsung Pay, bei Google logischerweise, Google Pay und andere Lösungen, die es noch so auf dem Markt gibt. Dann gibt es Neuigkeiten von Instagram, die posten nämlich die Successed Posts, die suggeriertesten Posts, die normalerweise am Ende des Feeds gekommen sind. Das ist nach dem Motto, du hast alles gesehen, was deine Freunde getan haben. Jetzt bringen wir dir noch ein bisschen Werbung und noch ein bisschen, das könnte dir auch gefallen. Jetzt nicht mehr nur am Ende des Feeds, sondern auch verteilt. Also neben der ganzen Werbung, die ihr da mittlerweile schon im Feed zuhauf drin habt, kommt jetzt noch das oben drauf. Freut euch schon drauf. Hier könnt ihr zumindest sagen, ist nicht mein Thema und das verschwindet dann für eine gewisse Anzahl Zeit. Und dann könnt ihr euch wieder darüber nerven und sagen, es ist nicht mein Thema. Toll gemacht, Zuckerberg. Bei Zoom gibt es unter iOS zumindest ein grösseres Update mit einigen neuen Funktionen, wie zum Beispiel das Gender Pronomen, was man neu hinterlegen kann. Und benutzerdefinierte Videofilter, Live-Transkription, wo man als Teilnehmer anfordern kann, verbesserte Chatfunktionen und Telefonbereiche etc. Alles mögliche wurde überarbeitet und ist ab sofort freigegeben. Und dann war es heute endlich soweit. Das lange Warten hatte ein Ende. Jetzt wissen wir es offiziell. Es gibt oder es wird es geben zukünftig ein Windows 11. Und zwar kommt das ab irgendwann Oktober, glaube ich, diesen Jahres. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte heute den ganzen Tag voll Sitzungen und bin noch nicht dazu gekommen, den vollen Stream anzuschauen, wo Microsoft das Ganze vorgestellt hat. Da werden wir sicher in der nächsten News-Folge von Geek Talk darüber sprechen. Aber ich habe mir das kleine Teaser-Video angeschaut. Und das hat Spass gemacht. Das hat Freude auf mir gemacht. Es schaut wieder ein bisschen aus wie, was war das damals? Vista? Bin ich jetzt bös, wenn ich das so sage? Aber irgendwie hat mich das an Vista erinnert. Aber was mir gefallen hat, und das sind nur zwei, drei kleine Geschichten, anscheinend, oder gut, gefallen. Doch, beginnen wir hier. Teams zum Beispiel wurde oder wird ins Dock, ins System integriert. Das finde ich spannend. Da bin ich gespannt, wie das Ganze sich dann im Täglichen schlagen wird. Und interessant, und ob gefallen, eben der zweite Frage. Aber interessant ist sicherlich, es können Android-Apps am PC aufgeschaltet werden. Ich hoffe, das Zeug wird richtig gut gesandboxed, sonst haben wir das nächste Problem in der Richtung. Aber ja, kann man machen. Ich wollte schon immer TikTok am Desktop haben. Hashtag not, für das habe ich am Browser. Aber ja, genau, kann ja bei gewissen Apps auch Sinn machen. Was auch gekommen ist, Microsoft hat verlauten lassen, dass jetzt die Guten sind, weil sie keine Gebühren verlangen, wenn man Apps in den Store stellt. Also quasi Google und Apple gesagt, dass sie böse sind, weil sie ja da die 30 Prozent, respektive nach einem Jahr die 15 Prozent verlangen. Ja, mussten sie auch machen, wenn ihr Store überleben sollte, neben dem, dass jetzt eben Android-Apps reinkommen. Mussten sie ja was machen, dass da noch ein paar Leute den eigenen App-Store bedienen. Kann man machen. Alles andere, wie gesagt, dann in der kommenden Woche in der Geek Talk News-Folge, würde ich sagen. Es sah spannend aus, auf jeden Fall. Und ich freue mich schon darauf, das Ganze bei mir zu installieren und ausgiebig zu testen. Versteht mich nicht falsch, ich finde es wirklich interessant, was da gekommen ist. Aber jetzt genug des Ganzen, euch noch einen schönen Tag geniesst, den Freitag. Es wird wieder, keine Ahnung, Wetter schöner? Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall geniesst das Wochenende, wenn ihr frei habt und nicht arbeiten müsst. Und auch wenn ihr arbeiten müsst, geniesst es dennoch, so gut wie es geht. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.